Sechs wichtige Änderungen für Rentner im Februar 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Der Monat Januar 2024 neigt sich ja schon ganz langsam dem Ende entgegen. Wir haben in einem Video zu 15 wichtigen Änderungen zum Thema Änderungen im Monat Januar 2024 schon wichtige Informationen herausgegeben. Und jetzt ist schon sozusagen als nächster Schritt der Monat Februar 2024 dran. Es ist ja gute Tradition, dass wir auch zu diesen Themen überschlägig einmal im Monat ein paar wichtige Änderungen bekannt geben, die für Rentnerinnen und Rentner und auch Arbeitnehmer und so allgemein auch wirklich wichtig sein können. Wir beziehen uns aber generell im größten Teil auf das gesetzliche Rentenrecht. So, genug der Vorrede. Starten wir mit der ersten Änderung. Und das ist eine Änderung, die hat es wirklich in sich. Eine gesetzliche Rentenart stirbt langsam aus. Und zwar die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit. Dieser spezielle Berufsschutz in der EM-Rente, der gilt nämlich nur noch für die Geburtsjahrgänge, die genau bis zum 01.01.1961 geboren worden sind. Das heißt also, alle Geburtsjahrgänge nach dem 01.01.1961 können diese EM-Rente nach § 240 SGB VI nicht mehr erhalten. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, was da geschrieben steht. Hier steht es schwarz auf weiß. Anspruch auf die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung haben bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen bis zum Erreichen der Regelartersgrenze auch Versicherte, die vor dem 02.01.1961 geboren und berufsunfähig sind. Meine Damen und Herren, damit ist klar und eindeutig definiert, dass hier diese besondere EM-Rentenart de facto bald ausstirbt. Dieser Berufsschutz gilt noch für die Geburtsjahrgänge genau bis zum 01.01.1961, natürlich 1960 und 1959, aber dann ist auch langsam Schluss mit den Geburtsjahrgängen. Der Geburtsjahrgang 1958 kann schon nicht mehr in den Genuss dieser EM-Rente kommen, denn für diesen Geburtsjahrgang gilt, wer ab 01.01.1958 geboren wurde, erreicht schon die Regelartersgrenze und sie wissen ja, die EM-Renten, egal welche, werden nur so lange gezahlt, bis sie ihr Lebensalter zur Regelartersgrenze vollendet haben. Also, das ist mal eine wichtige Geschichte. Dann die zweite wichtige Änderung der Rentenbeginn, Altersrenten mit Beginn im Februar 2024. Da geht es los mit der Regelartersgrenze. Die Geburtsjahrgänge vom 02.01.1958 bis einschließlich 01.02.1958 können eine Regelartersrente erstmals zum 01.02.2024 beantragen. Für die Altersrente gibt es keinen Abschlag. Ich brauche nur fünf Jahre Wartezeit. Dann Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die, die wir sozusagen mit Vollendung des 63. Lebensjahres und 35 Jahre Wartezeit in Anspruch nehmen können. Dort beginnt die Altersrente erstmals für die Geburtsjahrgänge, die am 02.01.1961 geboren sind, bis zum 01.02.1961. Wer da in Rente gehen will, bekommt 12,6% Abschlag. Das ist ein dickes Ding. Dann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Die können erstmals frühestmöglich zum 01.02.2024 in Rente gehen und zwar für die Geburtsjahrgänge vom 02.05.1962 bis einschließlich 01.06.1962, die also genau in diesem Zeitraum geboren sind. Das ist der frühestmögliche Beginn und da gibt es dann 10,8%. Abschlag bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen, merken Sie sich bitte immer, gibt es grundsätzlich maximalen Abschlag 10,8%. Und unsere Lieblingsrente in Deutschland, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die können die Geburtsjahrgänge vom 02.11.1959 bis 01.12.1959 erstmals zum 01.02.2024 in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist natürlich neben dem genannten Lebensalter oder Geburtsjahrgängen, dass Sie 45 Jahre Wartezeiten, am besten 45 Jahre echte Beitragszeiten nachweisen können. Für diese Rente gibt es keinen Abschlag. Da sie aber eine vorgezogene Altersrente ist, wird sie immer etwas geringer ausfallen, als wenn Sie noch bis zur Regelaltersgrenze arbeiten würden und die Rente nicht in Anspruch nehmen würden. Dann die dritte wichtige Änderung. Das ist der Rentenzahltermin und auch der Zahltermin für das Bürgergeld im Monat Februar 2024. Meine Damen und Herren, für die nachschüssigen Renten, Rentenbeginn nach dem April 2004 wird für den Rentenmonat Februar sozusagen die Rente hier entsprechend am 29.02.2024, das ist ein Donnerstag, gezahlt. Das ist der nachschüssige Rentenzahlbeginn für den Rentenmonat Februar, also rückwirkend für den Monat Februar. Am 29.02.2024 ist natürlich auch der vorschüssige Zahltermin fällig für den Rentenmonat März 2024 und zwar für den Rentenbeginn oder für die Rentnerinnen und Rentner, deren Renten vor dem April 2004 begonnen haben. Das zu den Rentenzahlterminen und jetzt noch Zahlterminen Bürgergeld für den Monat Februar, da gibt es die Zahlung am 31.01.2024. Das ist der Mittwoch, weil das Bürgergeld nach den gesetzlichen Vorschriften immer vorschüssig gezahlt wird. Das Wohngeld ist nach meiner Ansicht nach auch vorschüssig zu zahlen und zwar auch am 31.01.2024. Ja, jetzt kommen wir noch zu zwei interessanten, sagen wir mal, Änderungen im Jahr 2024 im Februar. Konkret ist ja der Februar 2024 mal wieder ein Schaltjahr. Das heißt also, wir haben einen Tag länger und wir haben endlich mal wieder einen 29. Februar. Und einige von Ihnen können ja dann möglicherweise genau an diesem Tag auch wieder Geburtstag feiern. Dann, auch für Rentner wichtig, vielleicht ein bisschen kurios, aber als sechste Änderung, als fünfte Änderung, entschuldigen Sie bitte, die Ersatzfreiheitsstrafen für säumige Zahler wird halbiert und zwar beginnend oder mit Rechtskraft 1.02.2024. Und das betrifft natürlich auch Rentner, die nur deswegen ins Gefängnis müssen, weil sie eine Geldstrafe oder eine Geldstrafe oder irgendwelche Informationen für den Gerichtsvollzieher nicht rechtzeitig abgegeben haben und dann in Zwangshaft müssen. Aber das betrifft jetzt hier die Geldstrafe, weil sie zum Beispiel arm sind. Das heißt also, wer eine Geldstrafe nicht bezahlen kann, muss ersatzweise ins Gefängnis. Geldstrafe, die natürlich eine Geldstrafe ist, die in einem strafrechtlichen Verfahren ausgesprochen worden ist. Und daher galt das immer das Prinzip 1 zu 1. Das heißt also, ein Tagessatz nicht gezahlte Geldstrafe bedeutet ein Tag sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Also wenn ich 30 Tagessätze Geldstrafe bekommen habe, kann das nicht zahlen, muss ich 30 Tage ersatzweise in den Bau. Ja, das ist doof. So und im Juni 2023 hat der Bundestag beschlossen, dass der Umrechnungsschlüsse zu halbieren ist und dass praktisch pro Tagessatz Geldstrafe nur noch ein halber Tag Gefängnis fällig wird. Das heißt also, meine Damen und Herren, bei 30 Tagen Geldstrafe, Tagessätzen Geldstrafe müssen sie nur noch, oder müssen die Betroffenen nur noch 15 Tage ins Gefängnis. Ich finde, das ist auch eine gute Lösung letzten Endes. Aber ja, wenn man arm ist und die Geldstrafe nicht bezahlen kann, ist das natürlich immer doof. Ja, und als last but not least, als sechstes, im Februar 2024 ist es bald soweit. Dann sind es nur noch sechs Wochen und dann wissen wir bald, wie die Rentenerhöhung zum 1.7.2024 ausfallen wird. Also ich bin da auch wirklich sehr, sehr gespannt, was Hubertus Heil, wenn er bis dahin tatsächlich noch Minister, das muss man ja immer unter Vorbehalt der aktuellen Situation auch sehen, wenn er bis dahin aktuell noch Minister, Bundesarbeitsminister sein sollte, was er dann für Zahlen sozusagen uns zur Verfügung stellt, wie hoch die Rentenerhöhung, die Rentenanpassung zum 1.7.2024 ausfallen wird. Ich hoffe natürlich für Sie alle sehr hoch. So, das soll es gewesen sein von den wichtigen Änderungen im Monat Februar 2024 für Rentner. Ich wünsche Ihnen, wie immer, eine rentenstarke Sache. Ich habe auch zu diesem Thema einen Beitrag geschrieben, den können Sie dann auf rentenbescheid24.de nachlesen. Alles Gute nochmal und eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Nöppel. Ich habe auch zu diesem Thema einen Beitrag geschrieben, den ich in der Mitte des Wortes.